Ah! Ja, geht schon los. Wenn ich die Socken in deiner Hand sehe, muss das ein Zeichen sein. Ja, der alte Sockentrick. Will den nicht stören jetzt für die nächste Stunde, oder was? So beliebt wie das Dornobben. Das ist aus diesem Science and Happiness Comic, wenn man seinen Penis durch die abgeschraubte Türklinke hält. Und das heißt? Die andere Person, statt an der Türklinke zu drehen, einem an den Penis fasst. Hm, bringt Glück? Dornobbing. Also, ne, dornobbt eure Freunde einfach mal. Und damit herzlich willkommen bei... Fühnüsse mit... Dirk. Und Klaus. Ja, ja, ja. Ja, Klaus hat ja Geburtstag vor einiger Zeit. Jetzt habe ich hier erstmal... Schön groß... Gemüse. ...von Simone vom Balkon gezichtet. Eine schöne Erdbeerpflanze für deine Sammlung. Aber wird die hier... Wer lebt die? Ich nehme die mal in die Hand. Ich rede mal ein bisschen lauter. Dankeschön. Ich überlebe die hier in Innenräumen. Ja, die überlebt auf jeden Fall. Die will natürlich ein bisschen... Aber die trägt keine Früchte. Wahrscheinlich... Weiß ich nicht. In den Joghurteimer. Naja, den habe ich da reingepackt, so. Weil ich dachte, damit du halt gleich so einen Untersetzer hast, manchmal fehler ich ja. Echt, Untersetzer hat man auch immer zu wenig. Ne, siehst du denn? Ja, deswegen... Also schon, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht und deinen Untersetzern, aber... Ne, meist sind das halt irgendwelche alte Tupperwaren, die ich eh nicht nutze, die sagen, ja komm, pass, außerdem ist es viel tiefer, kann ich viel mehr Wasser reinpacken. Okay? Es ist gut, wenn du die Pflanzen in deiner Urlaubszeit ertränken möchtest. Ja. Und hier die zweite... Oh Gott, oh nein. Die zweite... Ich habe es schon befürchtet. Überraschung. Das ist ja riesig. Ich habe ein kleines Päckchen für den Klaus. Oh Gott, das ist so groß. Weil wir ja diese Tradition... Hat ja Klaus vor, weiß nicht, ein Jahr oder sowas begonnen oder anderthalb, zwei. Ja, ja. Und seitdem müssen wir immer diese Live-Geschenke-Aktionen... Guckt doch erstmal das Cover an. Es ist groß. Klausemann Schnellstädter. Was soll die Post? Penisallee 9. Die Adresse geändert. Also auf dem Boden sind schon in der Penisallee. Penisallee 12 eigentlich. Ja genau, beim Karton muss ja vorsichtig sein, weil eventuell nutzen die auch nochmal für andere Dillow. Ich komme da nur nicht durch mit meinem... Achso. Es ist das große Dillow-King-Paket. Boah, es ist ein Soda-Stream. Ja. Boah. Es steht ja letztens so neckisch bei Lidl rum. Und da hat Klaus mir ein Zeichen gegeben. Hat einem einfach mit seinem Haar so gewedelt. Es ist vor allem das Golden Shower-Modell. Ja. Du kannst überall, auch in Pipi-Kohlensäure jetzt reindrücken, wenn du willst. Unglaublich. Dankeschön. Bitteschön. Danke. Also wenn wir da nicht Ende des Jahres Feuerzangenbowle mit Kohlensäure trinken, weiß ich aber auch nicht. Ja, wir lassen die Feuer abkühlen. Ah, guter Plan. Danke, ich werde es jetzt einfach mal umarmen für den Rest der Show. Ja, es heißt sogar cool. Also... Come on, Daddy, cool. Genau, es verändert deinen Status. Du bist automatisch cool auf dem Pausenhof jetzt. Nice. Ja. Und du brauchst keine Wegwerf-Plastikflaschen mehr kaufen. Wir werden es sehen. Wie das so. Oder du kannst die kaufen und noch mehr Kohlensäure reinpacken, dass du beim Trinken weinst. Das ist eher Whisky mit Kohlensäure. Klingt auch nach einem guten Erfrischungsgetränk. Ich glaube, du hast das Prinzip falsch verstanden. Es ist jetzt nicht alle dummen Getränke mit Kohlensäure versetzen, sondern Wasser. Einfach nur mit Wasser. Oder wie heißt hier dein Liebling Frank Thelen? Ich habe letztens irgendwas auf IGTV gesehen und dann skippt das ja von alleine weiter, wenn das Video zu Ende ist. Und dann hat er so eine neueste Erfindung vorgestellt. Ich sage mit Sicherheit nicht, wie es heißt. Es ist aber halt irgendwie so eine dumme Flasche Wasser. Ganz normal Wasser. Und oben über den Saugnuckel kannst du so einen Ring reindrücken. Und dieser Ring duftet immer nach irgendwas anderem. Nach Apfel, nach Cola, nach irgendwas. Nach After. Genau. Er wollte weiß machen, dass ja Geschmack nur über die Nase passiert. Und wahrscheinlich so salzig, süß und bitter und herzhaft über der Zunge gar nicht mehr existiert. Und deswegen meinte er, das ist total gut, weil man das Gefühl hat, man trinkt Cola, aber man trinkt Wasser. Und das ist jetzt der neue Verkaufslage bei Frank Thelen. Die menschliche Version eines abgestandenen Glases lauwarmen Wassers. Aufgelöst in grauer Dispersionsfarbe, die seit dem Jahr 1987 im Keller von Palumkes durchtrocknet. Mit so ein paar Flocati-Resten, die reingefallen sind und drei toten Fliegen. Frank Thelen. Es ist, ich bekomme, bekommst du auch immer die Otto-Nova-Werbung auf YouTube? Was? Otto-Nova ist eine digitale, private Krankenversicherung, die immer von diesem, in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlst du als Gutverdiener bis zu 800 Euro monatlich. Halt so jemand mit so fetten, nicht meinen, ungarischer Dialekt, aber bayerischer. Ja, das ist halt die Obergrenze, die sie dir aufzählen. Aber damit bist du halt bei den jungen Liberalen nur Gutverdiener. So wie Friedrich Merz mit einer Million Jahresgehalt nur zur Mittelschicht gehört. Das war ja jetzt neulich der Artikel, wo du im Spiegel und in Welt anordnen konntest, ob du ein Besserverdiener bist, zu einem Spitzenverdiener zählst oder zur Unterschicht. Aber dann liest du die BZ oder die BILD und das ist dann dein sicheres Merkmal. Dass du es geschafft hast. Ja, es geschafft hast, dich indoktrinieren zu lassen von der FDP und der CDU und der AfD. Neuerdings ist ja die liebste Meinung von BILD, die sich ja anfangs noch gegen die AfD gestreckt haben. Aber inzwischen haben sie doch erkannt, nee. Wer sind denn deren Abnehmer? Das dürfen sie ja nicht vergessen. Also die Leute, die heutzutage immer noch Papier kaufen. Also das ist ja. Es gibt auch die BILD digital, wenn du dein Endgerät damit beschmutzen möchtest. Ja, und ich habe gehört auch Abo BILD plus. Da kriegst du dann die heißen Infos über Schamlippenverlängerung und sowas. Nice. Aber mal was anderes. Ich sehe einen Toad-Luftballon. Das heißt, jetzt bin ich gespannt. Ist irgendwo noch der Bonus-Stern oder ist der Bonus-Stern geplatzt? Heißt nicht. Sehe nicht. Was hat denn der Klaus Mann so Tolles gekriegt? Ich sehe so einiges im Flur. Oder hat das damit nichts zu tun? Was siehst du denn? Ich sehe irgendwie, das sieht aus wie kleine und große Regalkisten oder Schubladenkisten. Richtig, aber die sind für ein anderes Projekt. Ein anderes? Ach, war dein Geburtstag ein Projekt? Die sind für die Palette. Und die Palette wollte unbedingt Schubladen haben und hat bei dir angerufen? Ja, die wird klein gemacht und kommt dann in die Schubladen. Ist ja auch bald Winter. Baust du schon irgendwie wieder so ein kleines Nähkästchen für dich oder was? Ja, die Palette kommt dahin, wo das rote Sofa jetzt noch steht. Ist das nicht beim NDR, das rote Sofa? Das muss echt weg. Aber es ist so ätzend, hier Sperrmüll loszuwerden in Berlin. Wieso? Da gibt es doch die Bermuda-Dreieck, wo wir schon ein paar Mal Sachen gelassen haben. Ja, selbst da müsste ich es halt händisch hintragen, wo ich halt auch keinen Bock drauf habe, ehrlich gesagt. Oder da, wo mein Moped steht, da steht halt immer irgendwie so ein geklapptes Ikea-Regal schon seit drei Monaten. Ja, aber das will ich halt eigentlich nicht machen. Nee, ist auch assi. Also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder, also drei Möglichkeiten. Verbrennen. Vier Möglichkeiten. Klein, stückweise. Sperrmüll, das ist eine Möglichkeit. Das ist die klassische. Eine, ja. Die andere ist halt die Shawshank Redemption, die verurteilten Lösung. Es klein machen und jeden Tag ein bisschen in den Innenhof machen beim Freigang. Ja. Sperrmüll ist halt super teuer. Ist nicht einmal im Jahr frei oder so? Nee, nicht mehr in Berlin. Ist gar nicht mehr. Du musst es jetzt bestellen und vor allem, das ist dann, es kostet halt so 100 Euro oder so. Also es ist ja billiger, wenn du dir eine Robbe mietest und dein ganzes ... Ja, und du hast halt fünf Kubikmeter. Fünf Kubikmeter, die du halt normal nie vollkriegst, wenn du halt so ein Sofa oder sowas loswerden musst. Naja, also das ist halt idiotisch. Eine Entrümpelungsfirma, kannst du halt auch einzeln für sowas anfahren lassen. Die sind halt ein bisschen günstiger, aber so 20, 30 Euro wirst du da auch schon los. Ähm ... Wie eine Entrümpelungsfirma, die zu dir nach Hause kommt, den Scheiß aus deiner Wohnung schleppt, ist günstiger, als wenn du von der Stadt nur einen Wagen orderst, die nicht zu dir nach Hause kommen, sondern nur den Scheiß von der Straße holen. Ja, weil der Sperrmüll ist halt auch total überfordert. Also ich meine, du kannst es natürlich auch umsonst zum Sperrmüll bringen. Das hat auch eine Option. Ja, aber hinbringen halt, ne? Ja, ich habe Peter schon mal gefragt, wann der wieder mit dem Pick-up mit leerer Ladefläche irgendwie in der Stadt ist. Ja, ich meine, was hast du denn außer das Sofa noch? Ich meine, okay, hier wären so ein paar, das schwarze Regal vielleicht, oder willst du das bald? Das kann ich, das wirst du bei eBay-Kleinanzeigen los. Okay. Also da kannst du noch einen Zehner für nehmen, für diese Kallax-Regale. Und willst du jetzt sowas bauen, auf dem du sitzt, sowas Gleiches? Ähnlich, ja. Also das ... Also nur eine Palette und ganz unten sind Schubladen, oder was? Eine Palette und, nee, Kanthölzer, also halt so dicke, wie ich im Baumarkt finde. Wie dein Bett ist, oder was? Genau, ein bisschen, ich versuche es halt noch ein bisschen höher zu bekommen, ehrlich gesagt. Oder halt nicht quadratische, sondern einfach rechteckige, dass es ein bisschen mehr Fläche ist. Die dann außen als Kufen quasi stehen, unter der Palette. Und dann gibt es halt nur vorne eine ganz schmale Sitzfläche, wo ein Kissen hinkommt. Also halt so wirklich so 40, 50 Zentimeter. Und hinten halt die Kisten als Regal quasi. Könntest du nicht irgendwie so zwei Flöcke rechts und links, die du dann schnitzt, wie der Schlüsselmeister und der Torwächter? Die beiden Hundfiguren aus Ghostbusters 1? Ach, du meinst als Gargoyles auf der Seite, als Lehnen. Ja. Ich hätte auch eigentlich vielleicht so einfach ein Rohr, was darin versenkt ist. Aber so Wasserspeier haben natürlich auch was. Ist ja noch nichts fertig verbaut. Ich ziehe das mal, ich setze es mal auf die Vielleicht-Liste. Schnitzt er dann mit so einem alten Taschenmesser ein Jahr irgendwelche Gargoyles zusammen. Aber ja, nee, also das kommt dann halt dann, wo das rote Sofa jetzt ist. Okay. Und dann, dass ich halt immer noch die, ich brauche halt leider ein bisschen Ablagefläche für Sportklamotten. Weil sonst, kennst du ja auch, wenn du die, also du musst halt irgendwo ablegen zum Trocknen. Und ansonsten hast du halt die Weise, jedes Mal nach dem Training zu waschen. Was halt für Leute funktioniert, die einmal die Woche trainieren. Naja, und halt dann auch trotzdem, du solltest ja schon, sonst ist ja ziemlich assi, eine volle Maschine haben. Zumindest eine halbe volle Maschine, weil da gibt es ja die Programme. Aber wenn du sagst, ich packe drei T-Shirts rein und balle einfach mal durch. Was ja auch Menschen gibt, die so einen Scheiß machen. Aber das ist ja schon ziemlich assi. Also ich meine, das geht halt echt nur, wenn du hast eine große Sammlung an Sportsachen, treibst aber nicht oft Sport. Ja. Und kannst du dann halt immer dazu werfen. Aber wenn du halt, wir waschen ja nicht nach jedem Sport, die Sportklamotten. Das wäre unverantwortlich. Mir ist diesbezüglich gestern was passiert. Ich hatte, wir haben ja so viel Funktions-Scheiß-Klamotten. Aber was mir öfter schon aufgefallen ist, was zu wenig haben mittlerweile, sind Hosen. Kurze Hosen. Ich habe nur drei Stück. Hatte ich eine Zeit lang auch mal das Problem. Wie viel hast du? Fünf bestimmt, oder? Sechs. Siehst du? Ja. Also ich habe gemerkt, dass ich vier auf jeden Fall brauche und jetzt habe ich mir eine bestellt. Da dachte ich so, ey, wir stehen so oft bei Lidl und sagen immer, nein, nein. Und jetzt gerade, ich sage, scheiße, ich brauche echt wirklich eine. Gestern war ich in meinem Training und packe meine Sachen und merke so, nein, wirklich, ach, die sind alle, wirklich alle in der Maschine. Und dann habe ich halt diese kurze, graue Stoffhose, die halt auch eigentlich ... So eine Trainingshose ist. Ja, genau, aber halt nicht wirklich zum richtig, wenn du richtig abschwitzt quasi. Und das Ergebnis war, ich habe gestern neun, also gestern war ja das erste Mal trainieren, kriegt man gar in der Nähe von der Warschau, also ein neuer Trainingsort. Der Trainingsraum ist halt ganz okay. Der Trainingsumziehbereich, das ist gruselig, weil das ist so, ich würde sagen, von deinem ... Alte Turnhalle? Nee, also ich meine, der Umziehbereich ist halt, wenn du jetzt den Rand von deiner Tür nimmst, also hier den Ausgang und dann bis Ende des Flurs. So, und aber auch genauso breit, das ist die Umkleide der Männer. Und auf der einen Seite ist halt eine Bank. Das heißt, es passen halt einigermaßen vier Leute rein und es sind halt einfach 20 Männer da oder so. Und das war halt scheiße und es gibt halt eine Dusche und es wird halt gesagt, ja, dusch nicht so lang und sonst was. Und deswegen habe ich nach dem Training gedacht, ey, ich bin hier nicht weit weg, ich gehe nach Hause. Und dann habe ich halt nicht daran gedacht, Funktionsschule ist durchgeschwitzt, egal. Aber diese helle, weiße, graue Hose, die war halt rechts und links, weil ich da halt mich ... Voll von Arsch war es. Nee, nee, die war halt, also von Boxhandschuhen, war komplett nass und es sah halt aus, als ob mich richtig eingepisst hätte. Also es war halt nicht im Schritt, aber trotzdem. Und dann auf der Warschau-Brücke habe ich gedacht, ah, scheiße, jetzt bin ich hier der Asi, den ich sonst immer so blöde ... Ich bin doch jedes Mal, wenn ich aus der Kletterhalle fahre, am Zweifeln, weil ich halt die Hose dann voller Kreide habe. Okay. Aber ich habe halt keine Lust, in einer kurzen Hose anzuradeln, eine andere da anzuziehen. Ja. Weil ich wechsle meistens nur das T-Shirt. Aber, ja, also ich meine, es ist halt einfach die ganze Kleidung de facto voller Kreide. Ja. Lässt sich halt nicht ... Bist du nach dem Kleid dann durchgeschwitzt oder ist das nicht so schlimm mit Speis? Ist eher nur so ein Kreide-Rest. Es kommt drauf an. Aber du schwitzt jetzt auch nicht so schnell wie ich. Stimmt, das ist auch noch so eine Sache. Also die Strecken sind ja meistens nicht lang. Du kletterst ja in der Regel so 30 bis 120 Sekunden an so einer Strecke. Also immer nur in so kurzen Bursts. Es gibt aber Strecken, wo du schon stark ans Schwitzen gerätst. Das ist natürlich aber auch wetterabhängig. Also es gibt ja einfach Strecken gerade im Überhang. Also wenn du halt wirklich horizontal irgendwo an der Decke hängst, das ist halt einfach anstrengender für die Muskulatur. Also da geht es halt schneller. Ich war so richtig durchgeschwitzt, war ich einmal bei so einer langen Traverse. Also einmal komplett horizontal eine Strecke lang, wo du von links nach rechts kletterst. Und das war 30 Meter, 40 Meter. Wahrscheinlich, ja 30, aber es ist halt super lang. Und da war ich halt am Ende nach meiner Unterarme total zugemacht und ich war halt richtig durchgeschwitzt. Und danach normalerweise schwitzt du nicht so extrem. Man merkt es halt manchmal ein bisschen an den Händen, wenn die Kreide wegschwitzt. Also das ist so das Einzige. Ja, gestern war es das erste Mal so. Ich hatte irgendwann einen Trainingspartner, der ähnlich doll geschwitzt hat. Und zum Schluss hatten wir halt Sparring. Also das war dann eher... Das ist griechisch-römisch. Meinst du jetzt? Zwei durchgeölte Männer, die irgendwie aufeinander leben. Nee, es war dann eher so, dass einer halt, die eine Seite sollte man vorgeben mit einem Handschuh. Also entweder halt Straight Punches oder Roundhouse oder zum Schluss dann halt auch mit Keks, dass man halt so die Hand doppelt hält. Und dann waren halt meine Handschuhe und seine Handschuhe schon so nass vom Treffer halt vorher am Körper, dass halt es immer, wenn ich halt irgendwie einfach nur offen gehabt habe, dass meine Augen gebrannt haben, weil sein oder irgendwie ein Schweiß immer so richtig, also das hatte ich ja lange nicht mehr, richtig viele immer ins Gesicht spritzt. Und ich dachte so, die Augen richtig getränt. Oh, dieser Salzscheiß jetzt im Auge. Ich hatte das neulich mit Brownie beim Fußballspielen, wo wir morgens Fußball gespielt haben. Da war es auch noch ein bisschen Wärme und dadurch die Sprints schwitzt du halt super schnell. Und dann war es irgendwie so, dass wir beide am Ball waren und uns gegenseitig wegschieben wollten und nur so ekelhaft aneinander weggerutscht sind. Ja. Ist aber geil, wenn er irgendwie mich nimmt zum Vormachen jetzt von irgendeiner Technik oder so und wir aber schon drinnen sind länger. Ich bin ja komplett nass und will ihm dann am Anfang nicht mehr und dann sage ich immer nichts. Und oft ist halt einfach so ein Hook oder ein C-Grip in den Nacken. Und danach guckt er jemand und denkt, äh. Ja. Und ich sehe, ja, also es ist halt so. Es ist immer so. Wärmt es halt. Ja. Ich schreibe es mir jetzt nicht drauf. Die ersten drei Techniken gehen mit Dirk, alles andere. Ja. Da muss der Partner durch das Öl durch. Obwohl, manchmal ist das Aufwärmen schon so, dass er einfach nur, das geht nicht. Da kannst du nicht mich nach vorne schieben. Also außer du willst halt feuchte Hände haben. Kenne ich. Kenne ich auch im Judo auch noch so. Wenn du halt irgendwie nur am Anzug irgendwie Textur hast und sobald Haut auf Haut kommt, glitschen halt nur so zwei ölige Teile. Ja. Durcheinander. Ja, das ist halt auch, wir hatten gestern zum Beispiel auch ab und zu sowas wie Entwaffnung oder beziehungsweise halt Messerangriff. Und dann, wenn es aus dem Nichts kommt, die Ender unten sind, dass du halt einfach nur diesen Deflect Punch da hink. Und dann platscht das richtig laut. Und wenn du halt einfach nasse Hand auf nassen Handrücken, das richtig, das richtig so siehst in dem Raum, wenn das Licht gut steht, dass er so, so den Zerstäuber, zwei Hände, alles gut. Ja, soll ich mal weitermachen? Dann können wir nämlich gleich eigentlich beim Thema bleiben. Dann meine Frage aus aktuellem Anlass. Was sind die Schwachstellen des menschlichen Körpers? Im Speziellen und im Allgemeinen? Die Seele. Oh, des Körpers. Viele, viele attackieren nur den Körper bei einem Angriff. Aber eigentlich müsste man jemanden in den Schwitzkasten nehmen und ihm sagen, du bist zu fett. So ein bisschen Monkey Island Style. Ja. Du kämpfst wie eine alte Kuh. Ja, passend, du kämpfst wie einen Bauer. Das ist, glaube ich, eine große unterschätzte Schwachstelle in vielen Kampfsportarten, dass du einfach den Gegner demoralisierst. Ja, das stimmt. Als ich dir in die Hoden geschlagen habe, habe ich gemerkt, dass dein Penis sehr klein ist. Gut, dann gehen wir davon aus, dass du jetzt kein Suspensorium trägst. Ja, was das für eine Kampftechnik wäre. Warum trägst du ein Suspensorium? Das brauchst du doch gar nicht. So einen kleinen Puller. Ja. Ich dachte, du wärst eine Frau mit dicken Schamlüpfen. Aber weißt du, was mich total schnell wütend macht? Also ein Grundgedanke ist ja, wenn es halt irgendwie zu so einer Clinch-Situation oder von Stress kommt, dass du den Angreifern nicht mehr in die Augen schaust. Und als wir es angefangen haben, bis jetzt ist es immer noch so, beziehungsweise jetzt spielen wir halt ab und zu auch einer, der halt einfach nur aggressiv und sonst was, kommt dir zu und fängt einmal an zu pushen. Und gestern war es zum Beispiel, dass er halt einmal pusht und dann greift er in die Hosentasche. Und dann gehst du davon aus, der wird jetzt kein Foto machen. Der wird jetzt sagen, ey du Penner, ich fotografiere dich jetzt. Sondern da kommt jetzt ein Messer oder irgendwas. Und du, deine erste Reaktion ist halt, renne halt auf dich zu, dass du erstmal Distanz haben willst. Es gibt halt einen harten Push und dann tritt zwischen die Beine und Distanz tritt und bla bla bla. Und da war es halt so, dass ich den ja angeschrien habe, beziehungsweise der Angreifer ihn immer anschaut und der sich verteidigt, nicht anschaut. Der schaut dir halt immer so auf den Kehlkopf, dass du halt die Bewegung Schulter und Beine schneller sehen kannst, weil die Augen ja auch krass. Also jedes Auge kann dir wirklich verführen und dich in Bann ziehen. Egal wie, also aus Angst oder Verwirrung oder sonst was. Das kannst du ihm auch gleich sagen. Jedes Auge kann er in Bann ziehen, aber deins nicht. Deswegen schaue ich dir nur aufs Schlüsselbein. Da passiert gar nichts. Nichts. Ich habe noch nie jemanden mit so blanken Augen gesehen wie du. Das müsst ihr aber erst mal verstehen. Manchmal habe ich das Gefühl, das würde gar nicht ankommen. Ja, du hast mal Leute zum Weinen zu bringen. Oder einfach nur Fragen stellen. Ja. Sag mal, du küsst deine Mutter mit dem Mund? So wie du mich angreifst, merke ich, dass du extrem unsicher bist. Du hast Angst, oder? Das ist nur Folge deiner Angst. Komm, lass es raus. Lass es raus. Ja, aber das macht mich richtig arg hoch. Lass es raus. Heul. Heul. Denk an deinen Vater, was der immer gesagt hat, dass du geheult hast in deiner Kindheit. Komm, ich hole einen großen Physioball und werfe mir gegen das Gesicht. Immer gegen das Gesicht. Bleib mal so. Das ist bestimmt ein Ball aufpumpen. Ja, aber da merke ich halt einfach, wenn ich nicht angeschaut werde, dass mich das voll, da geht es schon los. Das ist ja nicht, dass mein Körper angegriffen wird, sondern echt, ich dann so, also eigentlich mein Ego wahrscheinlich. Mein Ego wird dann verletzt. Das, ja, vielleicht ist es nicht Seele, sondern das Ego. Ja. Absolute Schwachstelle des menschlichen Körpers. Siehe Trump. Wie das Rektum. Ja. Also eigentlich meine ich so allgemein, nicht nur auf dem Kampfsportbereich, aber da ist es ja schon mal definitiv ein großer Punkt. Beziehungsweise beim Klettern wäre auch, wenn dein, denn, ach, gibt es beim Ball, beim Ball, dann gibt es ja keinen, der dich, der dich sichert. Oder steht jemand, falls du da abschmierst mit einem, keine Ahnung, Schlagpolster, dass du geiler mit dem Rücken aufkommst? Hm, also es gibt manchmal so Strecken, wo du spotten kannst, also du hältst dann quasi die Hände hoch. Ja, und dann kommt jemand aus vier Meter in deiner Hand und denkst, oh super. Dass du die Schulterblätter fängst und pushst, dass halt jemand nicht auf dem Rücken landet, sondern von den Schulterblättern außer auf die Füße. Ja, aber dann würde ich doch lieber mit einem Kissen stehen wollen, also mit einem Schlagpolster. Das ist halt mit einer Hand, wo alles passieren kann, Gelenk, Finger, alles, kein Knopf. Also in der Halle sind die Überhänge auch nicht so hoch in der Regel. Er hat gerade auch Penishöhe gezeigt. Ich habe es lieber ohne, dass mich keiner spotte, weil dann falle ich halt einfach wie ein Käfer auf den Rücken, was mir auch schon öfter passiert ist. Ja, wenn du eine große Matte, ist doch eigentlich geiler, als wenn du sagst schräg oder irgendwas. Als dass ich das Gefühl habe, ich fall so halb auf jemanden und muss dann, ohne dass ich sehe, was passiert, meinen Sturz nochmal korrigieren. Und von der physikalischen Kraft, wenn du von außer Wand fällst, bist du auch in der Regel immer rücklinks, oder? Oder ich meine, du hast ja nicht den Schwerpunkt Kopf, dass du zum Beispiel mit dem Kopf fällst. Das kann auch passieren. Ja, wenn du wahrscheinlich einen kurzen Weg hast. Wenn du irgendwie mit dem Fußblöde drin hängst und vorne abschmierst, denkst, scheiße, Piazza oder Piazzo noch mit dem Fuß drin und dann, ah, knack. Es gibt halt einfach Moves, wo du so hängst und dann mit dem Fuß höher. Und da kannst du auch schon, also da. So eine Beine gespreizt wie eine Moulin Rouge-Tänzerin. Da ist es, also da kann es halt schon sinnvoll sein, aber selbst da rutschst du halt in der Regel erst mit der Hand, äh, erst mit dem Fuß raus, bevor die Hände den Kontakt verlieren. Also auf einem Klettern bist du eher mit dem Fuß immer zu, aber bist du mit dem Fuß raus, weil du bewusst rausgehst? Oder was ist, also ich meine, wenn du abschmierst, bist du doch eher mit der Hand ab, oder nicht? Das sind halt zwei Mechanismen. Also Punkt eins, du verlierst die Reibung mit dem Fuß. Weil du hast ja mit dem Fuß keinen Griff um irgendwas. Das heißt, du platzierst das einfach den Gummi und der Gummi muss auf der Oberfläche reiben. Dadurch haftest du halt mit dem Fuß an. Also entweder mit der Ferse, was ich halt am liebsten mache, mit den Zehen vorne oder mit den Zehen hinten. Hm, du hast Zehen und auch Zehen. Nee, aber also mit dem Zehenrücken. Das heißt, du kannst dich halt, es gibt halt manchmal, das hilft halt wirklich total oft, wenn du eine Fläche hast. Und den Fuß so einhängst, weil dann kippst du nicht mehr raus. Er hat Friday-Socken an. Normalerweise ist dein Handgriff aber immer noch ein bisschen sicherer als der Fußgriff. Aber wenn du abschmierst, ist doch meist die Hand, oder nicht? Weil du mit der Hand ja sicherer bist und mit dem Fuß abschmierst, schmierst du nicht von der Wand ab. Weil du hast doch in der Regel festen Griff und du solltest dir erst lösen, wenn der nächste Griff auch sicher ist, oder? Ja, ist das nicht so eine alte Bergsteigeregel? Ja, am Berg, ja, beim Bouldern ist es oft ein bisschen dynamisch. Seid leichtsinnig! Nee, es ist ein bisschen dynamischer einfach. Also es kommt darauf, die Hallen werden ja von Menschen gesetzt. Ach doch! Naja, aber ich meine, am Berg ist halt die Strecke so da und du kannst sie halt so klettern, wie es sicher ist. In der Halle wird ja jede Strecke von Menschen gesetzt, der sich dabei irgendwas gedacht hat. Und oftmals ist es halt, dass genau die Bewegung, dass du dich weit rauslehnst und das so ein bisschen unsicher greifst und halt fassen musst. So was, oder dass du halt in den Griff springst oder dich halt irgendwo hinstützen musst. Deswegen, dass du erst den Kontakt mit den Händen verlierst, passiert in der Regel nicht. Es passiert eher, dass du irgendwas greifen willst und es nicht kriegst. Und dann kippst du halt aus der Bewegung raus. Sind eigentlich mehr Griffe kraftschlüssig oder formschlüssig? Also dass du halt, also bei Schraubverbindungen ist halt, ne, äh, 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 äh Ah, okay. Je schwieriger es wird, desto eher wird es kraftschlüssig. Wenn bei einer schwierigen Strecke formschlüssige Griffe da sind, dann stimmt irgendwas nicht damit. Dann sind die Lose. Guck mal, da kann ich einfach ... Dieser Trottel. Wenn du so gute Griffe an einer Strecke siehst, die schwierig markiert ist, dann weißt du, da irgendwas ist richtig scheiße. Oder vielleicht genau das. Hat dann der Baumeister oben in die Öffnung reingekotet. Also es gab halt eine, die haben wir gesehen, das war halt fünf von ... Bei mir und Heinz sind die bis sechs Sterne klassifiziert. Die war fünf. Und die hatte halt richtig gute Griffe. Und das war es, du musstest den Startgriff nehmen. Und dann trittst du gegen die Wand und schwingst über den Körper raus. Und wenn du genau den richtigen Schwung hast, lässt du los, springst vorne gegen die Wand und greifst den nächsten Griff da. Ist ja so ein Mission Impossible-Stunt. Und genau, mit dem Gesicht bist du dann direkt an der Wand. Da hat doch der eine oder andere mal ein bisschen Haut verloren auf der Nase, oder? Hundertprozentig. Das ist doch scheiße. So ein bisschen wie hier, Maiko, wo war das? Da ist er beim Xletics oder sowas irgendwo. Ah, genau, durchgetaucht. Ach so, ach, das meinst du. Und da war dummerweise Kiesel am Boden. Ja, genau, erst mit der Nase, weil er so tief abgetaucht ist, ja. Ja, tief. Also ich meine, es war eh unsinnig, warum da plötzlich Steine drin waren. Das war letztendlich auch und da habe ich am Knie schön aufgerissen. Und er da schön mit der, kam raus und geöffnete, gekattete Nase. Also Haut auf jeden Fall, großer Schwachpunkt. Beim Klettern. Alle Außenverbindungen, nee, generell. Also ich meine, beim Klettern auch, ja, die Haut. Irgendwann ist die Session halt vorbei, weil du nichts mehr greifen kannst, weil dir die Hand wehtut. Ich dachte jetzt, du sagst irgendwelche nicht weit genug gelockerten, durchbluten Muskelpartien, wie diese Zerrung, wo du halt einfach gesagt hast, ich habe mich rausgedreht. Und ich meine, das hätte es ja bestimmt, wenn das komplett geschmeidig und warm gewesen wäre, hätte der Körper es mitgemacht. Dann hätte ich es eigentlich überleben sollen, ja. Als du einfach nur, und dann, ah, was war das? Weiß ich nicht. Ich habe es ja langsam forciert. Rückenfeld, Zwerchfeld, irgendwas da? Die seitliche Bauchmuskulatur würde ich jetzt mal. Okay. Also das war ja langsam. Ich habe mich langsam weiter, weiter reingedreht und das verkrampft. Aber echt? Ich hätte gedacht, okay. Nee, nee, es war keine schnelle Bewegung. Das muss man auch mal erst mal hinkriegen, dass man so langsam Muskelkulatur, kontrahieren, halten, halten. Und halt wirklich bis zur Grenze und danach darüber hinaus, weil das reichte halt nicht, dass ich es anspanne bis zum Maximum, sondern ich muss dann auch den Körper verdrehen. Und das war halt einfach, das war auch noch am Anfang. Also ich war einfach noch nicht richtig. Vielleicht auch das, ne? Ein kontrollierter Muskel, den man dann noch dreht. Dass man dann irgendwann sagt, au! Ja. Dann ist die Versorgung gerade nach oder so. Ja, aber natürlich, Muskeln auch. Muskeln, Gelenke. Neulich auch wurde ich beim Fußball, bin ich beim Fußball umgeknickt. Meine Standardverletzung, umknicken wie. Aber wenn ich an, was war das, Xletics, der erste oder der zweite? Nee, Quatsch, das war Tough Mudder noch, ne? Ja, stimmt, ja. Ja, da bist du halt umgeknickt und da habe ich gedacht, hä? Hä? Weil das ist, ah, ah, verdammt. Also sowas, wo ich sage, okay, drei Monate Stopp und dicken Klumpen und das war's, Liegegips und Thrombosespritze und sowas. Und er schüttelt den Fuß und entweitet. Aber es war jetzt nicht von wegen, dass er sagt, er sei umgeknickt, sondern man sah, dass halt einfach der Fuß rechtwinklig kurz war, so. Also du hast ja auch irgendwie diese superlangen Bänder, ne? Du reißt ja auch nichts. Ja, das waren halt mal mehrere Unfälle. Also du hast sie lange trainiert, oder was meinst du? Ich meine, ich habe eh schon zu lange Sehnen und Muskeln. Ich bin ja auch einfach so ein bisschen hypermobil. Und da... Er ist ja Rubberman oder wie, das ist... Ja, Mr. Fantastic. Ja, heißt er einfach Mr. Fantastic? Von dem fantastischen Film. Ja, ja. So, ich dachte, er hieß so wie seine Kraft. Er ist der Smudo der Gruppe. Was? Er ist der Smudo der Gruppe. Trinkt Bananensaft mit kühlen Weizenbier. Ne, aber ich meine, wenn sie reißen, dann wachsen sie halt normal wieder zusammen. Das ist halt der Vorteil. Also bei mir ist er ins Gerissen. Da hieß es damals, ja, der wächst am Knochen zusammen. Der wächst nicht so zusammen, sondern so zusammen. Aber halt in normaler Länge. Hoffentlich, ja. Also das ist dann halt nicht überlang. Wenn sie überdehnt sind, dann sind sie halt zu lang. Und dann sind sie halt dauerhaft zu lang. Ja. Aber als sie damals gesagt haben, in der Schauspielschule zum Beispiel, eigentlich blöde, hätte ich mir... Gut, da war ich halt irgendwie, ich weiß nicht, 17 oder sowas. Die ist von wegen, ja, da hättest du ja aber eigentlich eine OP machen müssen, dass du die wieder zusammenoperierst, weil du musst ja halt als... Macht man heute auch nicht mehr. Ah, okay. Also eigentlich war alles gut, dass es gerissen ist und die nichts operiert haben, oder? Also ich meine, du machst es halt nicht mehr, wenn du kein Spitzensportler bist, weil es egal ist. Also es spielt halt für dich keine Rolle, ob sie zusammengeflickt werden und dann wieder zusammenwachsen oder ob sie natürlich wieder zusammenwachsen. Der einzige Unterschied ist, dass die Heilung, wenn es operiert wird, schneller ist. Okay. Und wenn du Fußballspieler bist und Millionen von deiner Fähigkeit, Leistung abhängen, wird halt operiert. Ansonsten ist es halt einfach vollkommen egal. Ich dachte jetzt halt einfach nur, wenn du einen Film drehst und halt irgendwie eine geile Kampfgurie hast oder sowas und da halt dann irgendwie fit sein solltest und dann irgendwann stellt sich heraus, dass da mal der Bänderriss dich halt einfach schneller an Grenzen bringt als andere. Also wenn es nur daran liegt, dann fände ich es scheiße, glaube ich. Oder schade. Ich glaube, du kannst es dann notfalls tapen. Also Fußballspieler tapen das ja auch ganz oft, damit du halt einfach die Stabilität... Aber wenn man es vorher weiß, nicht, dass man erst mal, wenn es passiert ist, dann hast du erst mal Pause. Genau. Also deswegen, Fußball spiele ich halt nur mit getapeten Knöcheln und das reicht halt oft nicht. Getapet oder bandagiert? Ich habe so einen Strumpf für den rechten Fuß, der schlimmer ist. Aber ich meine, die Tapes sind doch die Dinge, die du zuschneidest, die wirklich klebst. Nee, du kannst das... Ich habe so ein Gummiding, was ich um den linken Knöchel wickele. Aber ist es nicht eher bandagierend dann? Hm, ja, ja, ja. Also du kannst es auch mit normalem Tap machen, aber das reicht auch. Es muss nicht... Ich brauche nicht viel mehr Support, aber ein bisschen mehr brauche ich an beiden Füßen. Ja. Da hat es mich aber wieder erwischt. Ich hätte auch noch... Also wie beim Tough Mudder, ich kann halt weiterlaufen dann, aber ich kann halt nicht mehr Fußball spielen. Weil die... Also wenn ich halt geradeaus laufe, ist es mir jetzt ziemlich egal, ob ich kurz vorher umgeknickt bin, weil ich jeden Schritt sehe und beim Fußballspielen weiß ich halt nicht, was als nächstes passiert und dann kriege ich halt nicht mehr die... Aber du hast halt in dem Sinn keinen Schmerz. Also das überdehnte, schon überdehnte... Ja, aber du hast halt... Also beziehungsweise es spielt nichts an. Also bei mir ist ja echt, wenn ich halt umknicke und dann ist das sofort super schmerzhaft beim Auftritt und ich sehe dann halt auch irgendwie tausend Farben am Knöchel. Sehr, sehr leicht bei mir. Also es ist alles ein bisschen da, aber wirklich super reduziert. Also es wird ganz leicht dick. Der Knöchel knackst dann halt ein bisschen, weil das Gelenk dann anspillt. Aber ich habe eigentlich keinen Bluterguss aus, das ist richtig schlimm. Also das hatte ich auch schon nach der Verletzung, dass es öfter mal richtig schlimm war. Aber dann muss ich wirklich auf dem Spann landen aus dem Sprint. Ja, okay. Aber auch dann passiert mir nichts weiter. Also dann ist halt eine Woche Pause. Ja. Ja, und dann... Also wie gesagt, Fußballspielen geht halt so nicht, weil ich kann halt den Fuß auch nicht mehr richtig anspannen vorm Schuss. Und dann... Also dann steigt halt die Verletzungsgefahr auch, wenn ich halt die Spannung nicht mehr auf den Fuß kriege. Ja, okay. Was denn so mit allgemeinen Schwächen? Du hast... Irgendwann mal waren wir auf der Halbinsel und da hast du erzählt, das finde ich ganz interessant, dass die evolutionär bedingt, die Wirbelsäule ja noch ein Überbleibsel aus der Zeit ist, als wir quasi, also Lebewesen im Wasser waren und das eigentlich ein Land totaler Schwachsinn ist, also nicht so geil ist. Bauchmuskeln. Bitte? Die Bauchmuskeln. Ich dachte, du meintest die Wirbelsäule. Die Bauchmuskeln, die Fragmentierung der Bauchmuskeln. Ach, siehst du, das habe ich anders abgespeichert. Ich dachte irgendwie, das wären die Wirbel, dass das mal irgendwie so wie so ein Grätengerüst, weil das ist ja sehr... Aber bringt mich zurück auf Schwachpunkt eins. Man sieht deine fragmentierten Bauchmuskeln nicht, weil du fett bist. Ja, aber ich meine, das ist doch irgendwie Körperproblem Nummer eins ist doch in Deutschland ein Rücken. Fett sein. Deutschland hat Rücken. Deutschland hat Rücken. Ja, so wie der Durchschnittsdeutsche lebt, mit acht Kilogramm Fleisch in der Woche und einem Schreibtischjob. Ja, muss ja auch. Ja. Grüße an Torben, der im Sitzen sich zwei Bandscheiben vorfüllen geholt hat. Nee, aber ich meine, das ist es ja. Also deswegen bricht ja der Rücken ein, weil die Muskulatur nicht da ist, um den Rücken zu stützen. Ja. Was hältst du von diesen ganzen geilen Sitzdingern von Physioball bis diese Sitzposition, wo du dein Knie wie so eine Hocke in diesen Stuhl reinklickst? Ach ja, der Weichtstuhl. Ja, den hatte damals unser Arzt, glaube ich, in Anfänger 90er, den neuesten Dinger. Später hat er den Physioball gehabt. Irgendwann hat er, glaube ich, diesen äh, äh, Treppenlift. Genau, den fahrbaren Tisch, dass du halt nur noch stehst, was ja, glaube ich, das Geilste ist. Also die Meinungen gehen ja auseinander. Alle sechs Monate ist irgendwas Neues. Ja, wahrscheinlich ist es die Büschung. Wahrscheinlich solltest du halt, keine Ahnung, drei Stunden auf den Physioball, dann solltest du das Ding hochfahren. Eigentlich musst du gehen beim Arbeiten. Das habe ich aber auch schon, das ist nämlich so eine, ich weiß gar nicht, ob er das gemacht hat, aber hier bei deinem Freund Frank Thelen, da war dann in dieser Höhle der Hunde, da war halt nämlich so ein Typ, der hat halt so eine, so, Frank Thelen haben Gnade mit uns. Der hat dann halt zu Hause irgendwie seinen, seinen Lauftrainer umgeschraubt und hat da halt so ein komisches, also das war total albern, hat da so ein komisches, wie so eine Staffelei dran geschraubt, wo er dann halt seinen Laptop und sowas knoten konnte und hinten so eine, ich sag mal, Lendenwirbelstütze. Und dann ist er halt die ganze Zeit gegangen und er meint dann, wenn man ein bisschen Pause machen will, dann lehnt man sich beim Gehen nach hinten. Ich dachte, dann rutschst du durch. Den Hamster. Aber es war so eine Erfindung wie bei Arthur aus dem Cube of Queens. Also wenn ich mal ganz kurz sagen, es gibt so ein Video von OK Go, wo sie die ganze Zeit auf so Laufbänder hin und her springen. Ja. Ich wollte im Fitnessstudio mal, vorhin für mich kam ein bisschen später und ich wollte, ich wollte dann, hm? Selbst was sie sagt. Ah. Und ich wollte dann so einen lässigen Abgang vom Laufband machen, als er dann dazu kam und wollte mich einfach runtertragen lassen davon. Heudi, deudi. Also jeder Kilometer pro Stunde ist da einer zu viel. Vor allem, wenn du mit 15 kmh nicht aufwärmst. Kann ich nicht empfehlen aus sicherheitstechnischen Gründen. Aber, ähm, ja. Ja, also wie gesagt, das Stehen, ja, habe ich auch gehört, aber dann heißt das wieder so, nee, doch nicht. Aber ich meine, wieso sind denn Bauchmuskel Überbleibsel beziehungsweise unnütz? Also ohne Bauchmuskel würden wir doch zusammenfallen. Ja, aber die müssen nicht fragmentiert sein. Du meinst, es wäre gut, wenn es halt eine Platte wäre, oder was? Wäre vollkommen ausreichend. Ich meine, bei den meisten ist es ja eine Platte. Wie oft, wie oft hört man. Weil sie fett sind und zu viel Fleisch essen. Nimm das Durchschnittsdeutsche. Gutes Beispiel, bei Urs gehört, wenn man, guck mal, ja, ist alles fest, ist alles fest. Wieso, Urs, du weißt schon, dass das meiste Fett in deinen Darmschlingen versteckt ist und deswegen draußen sich anfühlt, als ob alles fest ist, weil es fest ist und da drunter quasi dein Fettspeicher ist, glaube ich ja nicht. Es ist, glaube ich, egal, ob du es glaubst oder nicht. Der Glaube des Menschen, noch so ein Schwachpunkt. Das ist mittlerweile ja, weil es plötzlich, dein Gott ist nicht echt. Weil es mittlerweile so in die Richtung Fakt geht, diese gefühlte Scheiße, so, dass man darüber reden darf, dass es öffentlich plötzlich als Argument zählt, dieses Totschlagen wie Trump. Wenn Leute mit Fakten kommen, kommt er mit, la la la, fühle ich aber nicht oder so und dann ist immer Feierabend. Ja, und weißt du, wer daran schuld ist? Die ganzen Videospiele. So. Jaina Sisters, ihr alten Mörder. Ja, deswegen hat Walmart auch Trailer für gewalttätige Videospiele aus dem Programm genommen und damit ist die Gewaltwelle in den USA glücklicherweise beendet. Ja, ich hoffe, die Spiele sind ein bisschen sexualisierter als vorher. In Australien oft Videospiele verboten, wenn Glücksspiel oder Drogen daran vorkommen. Ah ja, also Larry kann man gar nicht spielen oder was? Äh, nee, Grand Theft Auto 5 aber auch nicht. Aber alle anderen Grand Theft Auto? Ich weiß nicht, ob es ein anderer ist, aber bei 5 kannst du explizit ins Casino gehen. Ich weiß. Weswegen das auf dem Index steht. Ich hab sehr durchgespielt. Aber halt so Spiele wie Battlefronts oder so, wo du mehr oder weniger für irgendwelche Skins quasi Casino-Spiele spielst, die sind in Ordnung. Wenn du halt irgendeine Box öffnest, nicht weißt, was drin ist, dafür mit echtem Geld bezahlst, das ist cool. Ja, die Dummheit des Menschen und seine ... Ist unantastbar. Ja, auch so eine Schwachstelle. Gesetze. Dummheit. Gesetze. Aber menschlicher Körper, habe ich ja gesagt. Meine Idee, als du gerade aufgeploppt hast, als du es erzählt hast, GTA 5, dass man halt sowas kreiert wieder. Also jetzt, glaube ich, ist demnächst oder ist gerade auch rausgekommen, aber ich glaube, einfach eine neue Online-Version. Aber generell, dass man quasi alles machen kann, was man machen kann, aber man kann zusätzlich, weil das hat mich irgendwann gestört, dass ich gemerkt habe, dieser Story, die echt gut war, aber keine Figur ist wirklich halt irgendwie so, so eine Figur, die man folgt. Das sind alles Wichser irgendwie. Und meine Idee wäre, dass man das so spielen kann, aber man hat auch die Möglichkeit, freundlich zu sein. Dass man halt nicht jeden auf der Straße quasi irgendwie, keine Ahnung, umbringt, zusammenschlagen oder Autos klauen, sondern man kann ja auch mal eine Oma, das ist ja halt auch mal zwischendurch so eine Side-Story, dass eine Oma beklaut wird und man kann den Dieb stellen. Aber den stellt man ja nicht, indem man ihn festhält, sondern den stellt man, indem man ihn durch den Kopf schießt und sagt so, hier sind ihre 20 Dollar, den der Typ hier gerade klaut. Oh, sie sind ein guter Mensch. Das ist eine bizarre Definition. Ich glaube, was du beschreibst, ist Spider-Man 4 für die Playstation 4. Wie, da kann man gut und schlecht sein? Nee, aber es ist eine Open World und du kannst da gut, also du musst gut sein. Ja, Open World gibt es ja Tausende. Ja, aber halt eine, wo du halt nicht so ein amoralisches Arschloch bist. Breath of the Wild ist auch so ein Beispiel. Es gibt auch Spiele, wo du halt, das Problem mit diesen Moralsystemen bei Spielen, wir schwenken vollkommen ab. Ja, das ist ja unser, das ist das Prinzip hier dieser, das Problem mit diesem Skip von Mark Brown, diesem Videospielanalysten, so ein Video, wo er über Moralsysteme redet. Und wenn du das so klassifizierst, dann gibt es immer eine gute und eine böse Lösung. Es gibt dieses Infamous für die, ich glaube auch Playstation 4, wo du auch einen Superhelden spielst. Du kannst halt der gute Superheld sein oder der böse Superheld, der Leute umbringt. Und du hast halt dann immer irgendwelche Entscheidungen, die aber klar markiert sind als, das ist der gute Weg, das ist der böse Weg. Und das macht es halt A, super durchschaubar. B, das Problem ist halt auch, um halt auf der einen Seite oder auf der anderen die besten Kräfte freizuschalten, musst du halt immer die gute Entscheidung oder immer die böse Entscheidung treffen. Also mit einem Mittelweg bist du halt einfach zu schwach, um das Spiel letztendlich durchzuspielen. Es gibt aber interessantere Spiele, die das lösen, wie zum Beispiel, die Sims, wo du Leute im Pool ertränken kannst. Man kann Leute im Pool ertränken bei den Sims? Du nimmst die Leiter weg, sobald sie im Pool sind. Wie hast du denn die Sims gespielt? Irgendwann ging mir die Zeit viel zu still. Leiter weg, nimmst alle Türen weg, während sie drin sind und sie pinkeln sich ein. Das fand ich halt irgendwo so anstrengend. Ich denke, du arbeitest Bayer Bundeswehr, bist, keine Ahnung, General, sonst was. Kannst du da nicht auf Toilette gehen? Und kannst selber nicht kacken. Okay, vielleicht sind da schon Parallelen gerade. Da bist du normal so gleich Verteidigungsminister. Akk 47. Das sollte ihr Twitter-Handle sein. Also inzwischen können sie selbstständig ihren Stuhlgang kriegen, aber bei so Sachen wie Undertale zum Beispiel. Das ist so ein Retro-2D-RPG und du kannst jeden Gegner töten. Du kannst den Gegnern aber auch Gnade zeigen. Und dann hast du, dann später sind sie in so einer Bar und dann hast du Gesprächsoptionen mit ihnen und das ist eigentlich viel interessanter. Ja. Es ist aber deutlich schwieriger. Das ist das Leben, ne? Genau, wie es halt sein sollte. Und das ist halt total süß, weil du kannst, es gibt halt quasi drei Wege, entweder du bringst jeden Gegner um und es ist auch so darauf ausgelegt, dass du explizit dich teilweise gegen Anweisungen des Spiels stellen musst. Okay. Aber du kannst es machen. Ja. Aber das ist, glaube ich, für viele sehr schwierig, weil die meisten sind gewöhnt, halt irgendwelche Aufforderungen zu folgen. Du bist halt darauf geschult. Ja, aber schon ein Leben lang. Ja, ja, ja. Und das funktioniert halt. Es gibt auch ein anderes Spiel, was auch in dem Video explizit erwähnt wird von Mark Brown. Das habe ich auch. Ich verkehre festeinen Namen gerade. Was ist denn das? Darkest Dungeon. Und du leitest so eine Gruppe von Helden in so rundenbasierten Kämpfen, die, du hast halt so ein Haus geerbt und irgendwelche Helden kommen halt ständig zu dir und du leitest dieses Dorf. Und mit diesen Helden gehst du in diese Dungeons und holst halt die Beute daraus und musst dann halt später in aufwändigere Dungeons gehen, um dann halt am Ende in den Darkest Dungeon zu gehen und da halt den Familienfluch zu lösen. Irgendwie so ist es. Wenn einer aus deinem Team stirbt, bleibt er tot und alle Ressourcen sind begrenzt, was dein Geld angeht, was die Plätze angeht, wo du Leute wieder heilen kannst. Die Leute werden nämlich nicht nur physisch angegriffen, sondern leiden auch unter dem Terror, den sie da durchmachen. Also entwickeln dann Angststörungen und können halt einfach gewisse Sachen nicht mehr machen. Posttraumatische Angst. Alles in dem Spiel ist begrenzt, bis auf die menschliche Komponente. Jede Woche kommen neue Bewerber und du kannst alte wegschicken, die du ruiniert hast. Seelisch. Und das ist der einfachste Weg, das Spiel zu spielen. Indem du irgendwelche Leute in einen Dungeon gehen lässt, da alle Lichter killst, dann bekommst du nämlich bessere Beute. Die Leute werden aber leichter von psychischem Terror befallen und dann stellst du sie am Ende des Dungeons wieder frei. Wer schreibt sowas? Ja, ist gut. Also du bist quasi der Schurke in dem Spiel, aber ohne, dass es explizit gesagt wird. Es ist halt einfach nur, wenn du es wirklich lösen willst, das Spiel, musst du furchtbar sein und musst die Menschen behandeln wie Dreck. Du hast gesagt, man kann sich auch gegen das stellen. Bei Undertale, bei dem anderen Spiel. Ach so, okay. Du kannst es bei Darkest Dungeon auch, aber es ist deutlich schwieriger und halt so definitiv nicht intendiert. Also du hast zwischendrin immer Leute, die sterben oder du hast immer Leute, die von einer unheilbaren Störung gefallen werden. Du kannst dich nicht um jeden kümmern. Du hast dann halt später so eine Core-Gruppe aus Helden, um die du dich gut kümmerst und der Rest ist halt Dreck. Wenn die sterben, sterben sie halt bei der ersten Mission. Pech gehabt. Das finde ich total interessant, wenn halt so Telltale-Spiele oder sowas gespielt werden bei GameTube, dass die meist immer den schwierigen, aber den menschlicheren Weg wählen und dann auch nicht, man hat nicht das Gefühl, das machen sie, weil sie jetzt beobachtet werden, sondern weil sie wissen, das ist halt auch die spannendere Geschichte. Weil sie wissen von wegen, keine Ahnung, schubst ihn über die Klippe, nimm die Waffe, dann ist hier vorbei. Du kommst raus, er nicht oder sowas. Aber das andere ist, es gibt noch andere Möglichkeiten, aber wie könnten die aussehen, weiß ich gerade nicht, aber ich nehme mal nicht die Waffe, schubst nicht, ich frage nochmal nach, warum denn das Ganze oder so. Das ist dann halt auch, deren Weg ist immer wesentlich interessanter und bei den Auflösungen gibt es halt immer die Punkte, also die Großen, wo dann, weiß ich nicht, 70 Prozent haben eh nicht entschieden, aber oft auch gerne mal von wegen, weiß ich nicht, 17 Prozent haben, auch nur so entschieden. Ich so, okay, krass. Wo ich dann aber selber auch gemerkt habe, bei mir wäre dann auch, wieso, das ist doch viel leichter und ich gar nicht darüber nachdenke, weil es die meisten Extremsituationen sind, meist wenn ich bei, weiß ich nicht. Walking Dead. Genau, dass du sagst von wegen, das ist halt einfach jetzt gerade, weiß ich nicht, Überlebenskampf und es sind zwei Gruppen, aber man meint ja genau, darum geht es ja, dass man das dann irgendwann mal unterbricht und sagt, die generell Bedrohung sind halt die Zombies. Ja. Aber alle anderen Menschen dürfen nur nicht grundlegend sich immer als Feinde oder als sonst was, aber genau das ist es. Sie haben im Hinterkopf, Gesetze sind aufgehoben und jetzt geht es einfach nur darum, Gesetze stärkeren, sowas. Und das durchbrechen, zu sagen von wegen, ja der alte Mann, weiß nicht, mit interessanten Ideen, sonst was, ist genauso wertvoll wie der junge Kräftige mit einer Waffe oder so. Also. Ja, es gibt This War of Mine, ist auch so, wo du so ein Haus und so ein Bürgerkriegsgebiet verwaltest. Was ist das für ein bizarrer Spiel? Du waltest ein Haus im Bürgerkrieg. Genau, also du hast dieses Haus von der Seitenansicht und du musst es teilweise ausbauen und es kommen halt Leute zu dir, die da Unterschlupf suchen und du musst halt managen, wer wann schläft, wann zu essen da ist und nachts schickst du halt Leute auf Raubzug, was du auch managst und du hast halt manchmal ein leeres Haus, was du plündern kannst und manchmal sind Leute in dem Haus und dann hast du halt die Entscheidung, nimmst du denen das Essen weg, damit ihr es habt und dann will sich halt einer wehren mit den Händen. Was machst du dann? Schlägst du ihn? Dann ist es halt super deprimierend, das Spiel ist total gut, aber es hat... Ja, aber wenn es dir vielleicht seelisch nicht so gut geht, ist das nicht hilfreich. Nee, es ist auch halt in so einem schwarz-weiß Stil und so flackernde Lichter. Es ist schön inszeniert, aber das macht einen schon fertig. Depressives Film-Noir-Genre. Ja, also das andere, was ich auch gespielt habe, war This is the Police. Wo du einen Polizeichef spielst und du hast halt nicht die Wahl, ob du korrupt bist oder nicht, sondern wie korrupt du bist. Oh Mann, nee. Also du musst halt teilweise in der Mafia zusammenarbeiten, sonst wird deinen Leuten aufgelauert und die werden umgebracht. Irgendwie, wenn du nicht skrupellos bist, wird dir der Fall mit dem Serienkiller weggenommen vom FBI. Ja. Dann werden irgendwelche Cops von dir erschossen bei einem Hinterhalt und dann bist du halt irgendwann, du bekommst dann immer, das ist auch nur so eine Strategieübersicht und dann bekommst du halt die Lösung, ja, was machen wir? Der hat die Geisel. Und irgendwann bist du halt so, ja, bei der letzten Geiselnahme wurden zwei Polizisten erschossen, weil ich zu langsam war. Er schießt ihn halt. Aber es gibt ja auch so schöne Spiele wie Flower. Oder Flowers? Flower, ja. Ja, wo du halt irgendwie eine Blüte bist oder eine Blume, ich weiß nicht, du fliegst doch die ganze Zeit nur so. Hast du die das mal geholt? Nein, leider nicht, aber ich habe halt immer nur, Daniel hat nur so mal von geschwärmt und meinte, das ist wirklich richtig gut. Und dann irgendwie, aber die habe ich schon wieder vergessen, so Spiele, die so auf was Ähnliches basieren. Er meint, glaube ich, irgendwie so ein Wanderer, der so auf verschiedene Menschen trifft oder sowas. Ja, das habe ich dir, glaube ich, auch mal empfohlen. Oder du? Journey. Ja. Journey, das ist du ... Geht jemand einen Berg rauf oder was ist das? Ja, genau, du musst einen Berg rauf. Das ist dieses Tauchspiel, was ich dir gezeigt habe, das ist von den gleichen Herstellern. Tauchspiel? Wo du ins Wasser eintauchst. Wo du nur tauchst und bei Fischen schwimmst. Mit dem Fotoding? Nee, nein. Auch für die Switch, aber nicht fürs VR-Ding. Das hast du mir schon gezeigt. Ja. Du hast es auch mal kurz gespielt. Wo du halt tauchst und schwimmst mit Fischen und eigentlich passiert nichts. Ich dachte, ich hätte ... Guck mal, das heißt Absu. Okay. Genau, Journey ist halt ähnlich. Du spielst es in der Regel auch online und du hast andere Leute und du kannst aber nur kommunizieren, wenn du kurz mal aufleuchtest. Das ist dein einziger Weg. Und dann kannst du halt so gucken, hier ist was Interessantes. Ist denn auch immer wieder was gefüttert, dass man irgendwas entdecken kann? Oder sagt man irgendwann, ich kenne alle 15 Dings und alle 14 da. Ich glaube, das ist schon relativ umfangreich, so zum Gucken und Stehenbleiben und sagen, oh, schön. Also auch so ein Spiel, wo das Licht halt so schön ist. Das ist ja Breath of the Wild, und du lebst ja auch davon, dass die Beleuchtung und die Farben so toll sind, dass du halt einfach mal irgendwo bist und sagst, Mensch, der Sonnenuntergang, wie es jetzt da regnet in der Ferne. Ich gucke einfach mal. Ich weiß, damals die Werbung für, war das PS2 oder schon 3, für Grand Tourismo, als das Ding rauskam. Da haben sie dann halt irgendwie gezeigt, wie so übertrieben krass, irgendwie so ein Rennen mit so krassen Fahrzeugen durch so eine Landschaft und dann irgendwann fährt der Typ immer langsamer, langsamer und fährt rechts ran. Und dann ging es darum, von wegen, das ist so krass gebaut, bleib mal stehen. So, weil da hat er plötzlich Wasser rauschen gehört. Vögel flogen vorbei, man sah sie, man hörte sie. Der Baum, der wirklich ins Wind sich bewegt hat, sowas, und meinte von Dingen, es ist nicht nur das Rennen, du kannst hier echt krass viel entdecken, beziehungsweise es ist so detailliert, du kannst zwar durchheizen, aber fürs Durchheizen hätten wir auch den Hintergrund billig machen können. aber das ist ja halt auch bei, leider da, dass du nicht irgendwie tolle Sachen entdecken kannst, aber du kannst ja bei GTA 5, kannst halt auch auf Berge und sonst was klettern, wo halt einfach keine Story und Side Story und nichts spielt und trotzdem triffst du halt auf KIs, die dann halt da gerade Fahrrad fahren oder jemand angelt oder so oder du kannst in Häuser rein, die komplett voll mit Möbeln und allen und da jemand drin wohnt oder so. Also es ist halt dann, das ist ja Wahnsinn, was die da geschrieben haben und wenn du weißt, dass du jemand bist, der außerhalb der Story irgendwas schreibt und trotzdem sagt, ich mache das hier detailliert und ganz, ganz genau und die Leute freuen sich, wenn die das nicht zufällig entdecken und Flugzeug irgendwo hinfliegen, wo du niemals hinfahren könntest oder schwimmen könntest oder sonst was und ja, das wäre schon cool. Ja, aber was ich jetzt gedacht habe, um mal wieder aufs Thema zu kommen, Schwachstellen des menschlichen Körpers, ja, also vielleicht auch nicht nur, was es ist, sondern was kann man besser machen, also wenn Wirbelsäule, müssen die einzelnen Wirbel wirklich Knochen sein, weil der Puffer dazwischen, die Bandscheiben und hast du nicht gesehen, wie kann man denn nicht gleich die Knochen in so einer Art Hartgummi verändern? Ja, dass wir Weichtiere werden. Ja, beziehungsweise den härtesten Knorpel, den es so gibt und wenn das die einzelnen Wirbel wären, wäre das nicht schon ausreichend? Wir können ihn wieder aufbauen, wir können ihn besser machen. Wir haben die Technologie dazu. Deine Chinninenins müssen schneller sein. Jeder ist ein Kritiker. Ja. Ich meine, die Frage ist natürlich, würde der menschliche Körper erstmal so als Baby dann funktionieren oder da untrainierte Muskulatur, würde der wie so ein Haufen Glibber einfach nicht aus dem Quark kommen? Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen ja auch mitwachsen. Ja, klar. Also ich meine, Knorpel wächst ja auch. Also es ist kein künstlich gedruckter 3D? Nee, 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 nee. Was ein 3D gedruckt hat? Einfach nur so Inspiration für die Evolution, für die Zukunft. Gott oder Professor Muro. Genau. Und das dann halt zukünftig, ich meine, der Körper verändert sich ja schon. Kommt Haare überall. Was ich gehört habe, was ich ja super spannend fand, das hätte ich, glaube ich, irgendwann mal im Training erzählt, dass seit Mitte der 90er war so eine bizarre Studie mit, glaube ich, 95 bis 2015, dass sich mittlerweile evolutionär bedingt die Daumen-Mobilität der menschlichen Hand um 30 Prozent angestiegen ist, weil wir halt durch die Smartphone-Scheiße und sonst was halt permanent bei gleichzeitigem Abfall der Schambehaarung. Ja. Dennoch ist der Trend im asiatischen Bereich mehr als weniger. Daumen-Mobilität, ja. Ja. Ich meine, da sieht man ja auch bei mir, ist es bei Daumen am Arsch, hier ist wieder normal und das ist das, was er hier kann. Dirk zeigt Daumen hoch mit einer Hand. Ja. Weil hier habe ich gestern wieder schön einen gegen das Gelenk gekriegt, weil ich halt einfach keine Schwinger machen kann beziehungsweise hat mir ja Björn gestern mal erzählt, was ein Fehler ist, weil ich so richtig schön aufmache und dann passiert so was. Ich zeige gerade eine ziemlich blöde Hand-Faust-Bewegung. Ja. Ja, aber das wäre so eine Idee, dass wir mehr Knorpel sind und dann oder oder jetzt kommt's Ja. Die ganze Wirbelsäule ist ein einziger Schwellkörper. Bist du geil? Kannst du es dehnen? Wenn du nicht, dann liegst du. Dann ist nämlich so der Anreiz im Büro, das muss irgendwie ein bisschen krimmliger sein für den menschlichen Körper, dass der die ganze Zeit aufrecht sitzen kann. Oder alle sind nur noch in so ein in so ein Reagenzglas rein, wie so ein so ein Klumpenhack, so 85 Gramm Kilo Hack und bitte tippen. Aber meinst du nicht, dass sehr vieles ohne Knochen funktionieren würde? Mit Sehnen und Knorpel und Muskulatur? Das weiß ich ja nicht so, wenn sich die Muskeln um nichts binden können. Ja, um richtig ordentlich starken Knorpel. Meinst du nicht? Ich setze es mal auf die Vielleicht-Liste. Also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen. Ja. Oder was hältst du denn davon? Also die Rückenschmerzen kommen ja auch nicht daher, dass halt jetzt die dass die Bandscheiben werden zusammengedrückt. Genau. Es kommen ja halt nicht davon, dass die Wirbel halt irgendwie langsam porus werden oder sonst was, sondern die Bandscheiben. Dass man dieses Bandscheibensystem halt auch einfach viel einfacher macht. Dass man da halt nicht diese ganzen Nervenbahnen, die an der Wirbelsäule alle hochjagen, sondern ein bisschen stumpfer. Die Leitung verlegt man? Ja. Beziehungsweise die könnte man ja in so eine ah, man könnte das alles in so eine Knorpelschläuche legen. Ich würde alles verknorpeln, sodass die vielleicht so eine Mischung, dass man dass man die Knochen zu 50% reduziert und mit jeder Knochen ist mit einer Knorpelummantelung. Was hältst du davon? Dass der Knochen erstmal stabil ist, aber außen geschützt. Wie so ein klassischer, also heutzutage, so, denn wir sind eher 90er. Da waren die Hanteln noch einfach Hanteln, Metall. Heutzutage, 2019, ist die Hanteln, Metall und außen dicke Gummierung. Und so wie unser Knochen. Wir wären halt Knochen und draußen so eine schöne Knorpelmasse. Dann kannst du reiben erstmal wie du willst. Der Knorpel denkt sich, ich nutze mich nicht ab, ich bin Knorpel. Zwischendurch hast du immer so eine Glitsche, die dazwischen kommt. Ihr werdet hier Live-Zeuge wie Dirk einen Nerven zusammenbruch nachdem er vom Blitz getroffen wurde. Wo ist denn deine Begeisterung? Ich baue hier ganz tolle Bilder, ich kreiere. Du kannst doch auch mal, du hältst dich da fest, als ob du gerade gleich wegen zu viel Chili-Genuss auf dem Pottmuss sitzt du da. Was hältst du von meiner Knusper, sag ich schon, von meiner Knochen-Knorpel-Idee? Ja, ist gut. Allein der Kopf, dieses gefährliche, große, schwere Gefäß, wo oft immer die Leute sich verletzen, zack, hast du daumendick Knorpelmasse rum. Den eigenen Helm auf, ständig, immer. Ja, ich meine, wenn das genauso dick wäre, dass du es gar nicht siehst, wenn es genauso, bloß, wenn jetzt halt jemand kommt und dich vom Fahrrad schubst, dann musst du nicht unbedingt so einen peinlichen Helm tragen und sagst, haha, ich bin Knorpel zu 50%. Kann ich auch schon gar nicht schubsen, weil der Knorpel von seiner Hand sich im Knorpel von deinen Rippen verliert. Naja. Als ob man zwei Gelees aufeinander drückt. Aal in Gelee. Ja, damit nähern wir uns auf dem Ende der diesmonatigen Folge. Ich dachte, er findet das gut. Ich finde diese Knorpel-ID super. Prinzipiell bin ich dem verknorpelten Menschen nicht negativ gegenüber eingestellt. Aber? Ich weiß nicht, ob die Umsetzbarkeit da ist, um mal den Frank Thelen dieses Podcasts zu schützen. Beziehungsweise bräuchte mein Daumengelenk eine ganz große Mobilität. Also mehr als, also das, wenn ich wieder blöd haue, dass der ganze Daumen halt umklappt. Ja. Weil Björn meinte, also da hatte ich auch ein bisschen gelacht. Er meinte von wegen, die beiden werden hier so Marshmallow-Points. Ich zeige die äußeren beiden Knöchel und das sind die Metal-Points, mit denen du treffen willst. Und er meinte, wenn du die triffst, dann ist sofort gebrochen das Feierabend. Und dann habe ich gesagt, ne, ich treffe ja aber eine Dame. Das ist totaler Scheiß. Das ist das Schlimmste. Also ein Daumengelenk treffen, ist halt, wenn du richtig diese Rummelboxen und so aufmachst und so kommst. Dann so, also ich schaffe es noch nicht mehr mehr so. Ich zeige gerade so einen perfekten Bud-Spencer-Swing. Ja. Also aber allein da musst du bei der Choreo auch aufpassen, wenn jemand mit der Hand gegenhaut. Deswegen weiß ich nicht, warum. Das ist ja Daumen. Der ist so, gibt es nicht ein paar Tiere, die bei irgendwie Angst oder sonst was irgendwas einziehen? Das brauchst du ja gar nicht. Auch dieses Gelaber von dem Stabilisiert, die Faust. Das hier, der kann kurz mal weg, rein. Ich bin vielleicht auch für Gelenke, die sich dann im Falle eines Falles einfach zurückziehen. Oder so was wie Wirbelsäule. Ich sitze jetzt, mache kurz mal so eine Klick-Klick-Bewegung und dann ist sie arretiert. Genau. Zack. Das kann ich, das kann ich unterstützen. Knoppe bin ich, naja, aber arretiert. Aber das ist auch gut, dann kannst du dich auch einfach aufhängen, weil dann können wir Stühle so designen, dass die Lehne genau für die Wirbel eingehängt werden kann. Dann zack, hängst du dich einfach in den Stuhl. Ja. Das magst du ja eh gerne mal, sich aushängen. Eben. Und dann bräuchst du vielleicht den Scheiß nicht mehr, weil du sagst, ich bin selber hier gerade arretiert und nicht ein Teil. Die Sache ist natürlich, weil wir uns ja sehr viel und schnell bewegen, müsste das natürlich auch schnell passieren. Oder wir dürften nicht aus Versehen, dass du, keine Ahnung, beim Sprinten plötzlich, fuck, arretiert. Und dann ist der halbe Klaus einfach nur noch so ein Brett, was läuft. Ist auch vom Beschleunigen, glaube ich, schwierig, wenn du nicht mehr so in Motion bist, sondern einfach nur noch dich nach vorne schiebst wie so eine alte Laterne. Oh Gott, ich glaube, Klaus hat gerade einfach schon aufgehört. Hinläufig Knorpelwasser aus den Augen. Zu viel Knorpel. Die Augen könnten wir verknorpeln. Eine weitere Schwachstelle des männlichen Körpers. Ich meine, 70 Prozent nehmen wir die Umwelt mit den Augen wahr. Wie gefährlich ist denn das, wenn die weg sind? Ja. Dann ist aber Schluss mit. Was auch heißt, 30 Prozent nehmen wir nicht mehr in den Augen wahr. So. Und dann verteilt sich der Rest auch noch. Alles, was hinter uns ist zum Beispiel. Ja. Anstatt, dass wir einfach Augen an der Seite haben mit viel weitwinkligerem Blickradius, dann kann man nämlich alles sehen. Oder bist du für ein großes Glubschauge auf der Stirn und ein kleines im Nacken. Ja, weil dieses ganze dreidimensionale Sehen ist eh für ein Arsch. Hilft keinem. So. 3D-Filme auch. Mucks. Das ist wirklich schwarz. Kann man sich tatsächlich dann auch sparen, wenn man nur ein Auge hat. Also, so ein Scheiß. Super auf den Rummel, wenn es Viertelstunde geht und irgendwelche Bälle in die Treppe runterfallen, wenn man mal so einen Effekt haben will, aber nicht um eine Story zu folgen. Da hat man wenig gesehen, wie der Protagonist oder irgendwie die Antagonist gerade mir durchs Gesicht springt. Ich bin guter Hoffnung, dass James Camerons neue Avatar-Filme floppen und dass sich dieser 3D-Trend damit wieder beendet. Also meint er, er öffnet und schließt das Ganze? Das wäre aber auch geil. Weil er will das auch in 3D mit 50 Frames und mit 48 Frames pro Sekunde drehen, so wie der Hobbit gedreht wurde, was deswegen kein Mensch sehen konnte. Also deswegen sieht er so furchtbar aus, der Hobbit. Und schlimmer als der Herr der Ringe. Ah, wo man die Kontaktlinsen gesehen hat und sowas. Ja, genau, der 10 Jahre vorher produziert wurde und die Naht und dabei die Perücke ansetzt, weil es dann einfach zu scharf war durch dieses Ding. Und so will James Cameron auch den neuen Avatar-Film drehen, James Cameron. Und das ästhetische Gespür von so einem Pro-Gamer kommen da zusammen. Und das ist... Naja, das ganze Ding ist hier halt auch einfach wie so ein Computerspiel aufgebaut. Ja, aber ich meine, kein Mensch will einen neuen Avatar-Film sehen. Es besteht halt kein... Also Avatar... War der erst denn so gut? Nee, überhaupt nicht. Der war nicht gut. Der war halt so ein mega technisches Achievement mit diesem 3D, also auch mit der 3D-Integration. Aber der war halt nicht gut. Und der hat halt auch keinen kulturellen Impact hinterlassen. Also es ist anders als Star Wars oder die Marvel-Filme oder die DC-Superhelden-Filme. Ja, der war Fast and Furious tatsächlich auch. Das hat halt... Die Leute wollen einen neuen Teil sehen. Ja. Und wer... Also wen hätte das interessiert, ob Avatar weitergeht? Ja, eben. Selbst wenn die Leute sich halt über die Sachen aufregen, wie über die Disney-Live-Action-Filme, werden die halt trotzdem gesehen. Und bei Avatar ist halt so... Es war halt ein Film vor 10 Jahren, der halt damals erfolgreich war. Aber... Ja, alle wollten aber auch dieses komische, die neue Technik sehen. Und halt in 3D und halt so ein Film, der beeindruckend in 3D war. Ich glaube, ich habe gar nicht 3D gesehen. Ja, aber ich meine, das war halt... Ja, das war... Aber es war ja auch ein bisschen wie ein Trip auf dieser Insel mit den Blumen und Pflanzen und bla. Ja, genau, aber es hat kein... Also niemand interessiert es. Also wenn Avatar im Fernsehen läuft, würde den auch keiner mehr sehen. Und dann gibt es auch niemanden, der sagt, ich will halt unbedingt wissen, wie diese halbbackene Story James Cameron von Der mit dem Wolf-Tanz geklaut hat, weitergeht. Ja. Es gibt eine schöne South Park-Folge davon, Der mit dem Schlumpf tanzt. Wenn Cartman die Klassensprecherin diskreditieren möchte und so eine Story mit Schlumpfbären und den Schlümpfen nachstellt und ihr halt unterstellt, sie will die Schlümpfe und um die Schlumpfbären betrügen und das alles missbrauchen. Und anstatt diese Diskreditierungskampagne zu bekämpfen, nimmt sie die Story und verkauft die an James Cameron, woraus er Avatar macht. So war es wahrscheinlich. So oder so ähnlich. In diesem Sinne. Und das war Findus, ja? Ja, schreibt uns eine Frage, bitte mal, findus.gmail.com, das wäre die E-Mail-Interesse. Oder halt Findus-Support auf Twitter. Oder, warum leckst du denn denn jetzt Pop-Shots so an? Jetzt hör mal auf, ich kann ihm mal die Augen zu. Oder jetzt hör ich ihn auch noch. Oder ich versuche mich zu konzentrieren. Für Nüsse mit Klaus und Dirk, Dirk Klaus, YouTube kommentieren, Glockklingel. Hey, geil. Guckt mal Flight of the Conquords, dann versteht ihr, was ich gerade gemacht habe. Für Nüsse auf allen Podcast-Apps. Mette der Kuntler. Aus die Maus.